Die neuen LED-Monitore der Acer G6-Serie adressieren besonders Freunde der Unterhaltung. Modernste Technologie garantiert eine herausragende Darstellung in brillanten Farben und sorgt für absoluten Spiel- und Multimedia-Genuss. Das ultraschlange Profil sowie das Klavierlackfinish machen die G6-Monitore zu einem Blickfang, während das kraftvolle Design mit abgeschrägten Flächen, klaren Linien und der x-förmige Standfuß einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Je nach Anwendungsbereich und Präferenz stehen dem User sechs verschiedene Formfaktoren mit 19, 20, 21,5, 23, 24 und sogar 27 Zoll zur Verfügung. Hohe Auflösungen in HD Plus von 1440 x 900 Pixel beim 19 Zoll Modell, 1600 x 900 Pixel beim 20 Zoll Modell und 1920 x 1080 Pixel Full HD bei den 22 bis 27 Zoll Modellen zaubern High-Definition-Inhalte in höchster Qualität auf dem Bildschirm. Und um den optimalen Blickwinkel einstellen zu können, sind alle Modelle von minus 5 Grad bis plus 15 Grad neigbar. Die erweiterte Displaysteuerung Acer E-Color Management ermöglichen dem User die Darstellungsmöglichkeit des Bildschirms noch besser anzupassen und so brillante, lebensechte und naturgetreue Farben zu erleben. Mit dem Acer Adaptive Contrast Management erreichen die G6-Monitore ein dynamisches Kontrastverhältnis von sagenhaften 100 Millionen zu 1. So sind extrem kontrastreiche Bilder in leuchtenden Farben und eine atemberaubende Detaildarstellung selbst bei sehr dunklen und hellen Szenen garantiert. Die geringe Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden im 24 und 27 Zoll sowie 5 Millisekunden bei den anderen Modellen sorgt auch bei schnellen Bildfolgen für eine fließende Darstellung ohne Ghosting-Effekte und macht die Acer G6-Serie zur idealen Wahl für die Anzeige von hochkomplexen Spiel in höchster Qualität auf Wunsch sogar mit Nvidia 3D-Funktion auf dem Acer GN246-HL-Monit. Dank Acer E-Display Manager können zudem schnell Grund- und Farbeinstellungen am Monitor für den professionellen Einsatz eingerichtet werden. Alle Modelle der Acer G6-Serie sind mit einer VGA- und DVI-Schnittstelle mit HDCP ausgestattet, um sowohl PC, Notebooks oder Netbooks anzuschließen. Je nach Modell erlaubt der HDMI-Port digitale Audio- und Videoverbindung in höchster Qualität an den Blu-Ray-Player, den Receiver, eine HD-Spiegelkonsole oder sogar High-Definition-Tablets. Die Modelle der Acer G6-Serie arbeiten mit der innovativen Wide-LED-Backlight-Technologie, die eine Herstellung ohne schädliche Substanzen ermöglicht und gegenüber herkömmlichen LCDs den Energieverbrauch um 68% reduziert, weshalb sie mit dem Acer Eco-Display-Label ausgezeichnet sind. Somit trägt der Anwender zur Schonung der natürlichen Energieressourcen bei und kann Betriebskosten senken. Mit dem ultraschlanken, aber aggressiven Design und der innovativen LED-Technologie sind die Acer G6-Monitore für alle jene Nutzer gedacht, die höchste Performance in der Darstellung benötigen. Für anspruchsvolle 3D-Games, Multimedia- oder High-Definition-Media-Bearbeitung.